Sorry wegen Markus, das hier ist Jürgen Dreefs, du kannst ihn leider haben, leider ist ein bisschen Glas kaputt gegangen. Wo ist Jürgen Dreefs? Was? Kaputt gegangen, Ruß BDTV, hä? Hier ist kein Jürgen Dreefs, hier ist niemand drinnen in der Minecraft, aber... Geil, ich hab einen unsichtbaren Jürgen Dreefs bei mir! Jo Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Crafty Serien. Und ja, ich hab mir heute gedacht, weil es ist ja Sonntag und ich bin eben erst aufgestanden und ich bin heute ein richtig fauler Waxer, dachte ich mir so. Ähm, zeig ich euch erstmal so, was ich so gemacht habe und mach ein paar Twitterfragen und ich möchte gerne heute in den Nether gehen und ein bisschen produktiv sein, weil wir haben ja da eine gute, äh, die gute Netherfarm, die alte, ähm, die ihr letztes Mal schon gesehen habt mit dem Pikmattern und ich würde sagen, da arbeiten wir in dieser Folge ein bisschen dran. Ich wollte ja eigentlich mal mit dem Keller anfangen, aber irgendwie sträube ich mich die ganze Zeit vor und suche mir andere Sachen. Ich zeig euch gleich nochmal ein krasses Schwert, ihr seht das schon da unten links, aber ich, äh, zeig jetzt nicht, was da drauf ist, weil das ist ziemlich, ziemlich krass und heftig und ich weiß nicht, wenn ich das jetzt zum Anfang der Folge mache, dass halt die Leute in Ohnmacht fallen, hab ich halt Angst vor und deshalb würde ich das erst später zeigen, weil das halt wirklich ziemlich krass und heftig ist halt wirklich echt, also das ist ziemlich so, das krasseste Schwert der Welt, ne, das ist halt schon ziemlich krass und heftig. Vielleicht soll ich nochmal sagen, wie krass und heftig das Schwert ist. Ist ja auch egal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal eine Runde schlafen und können jetzt schon auf die erste Frage eingehen. Äh, wie gesagt, ihr könnt mir immer gerne unter dem Hashtag FrageRevy Fragen stellen für solche Folgen. Ähm, wenn ich nochmal poste, dass ich aufnehme, auch ohne, dass der Hashtag läuft, äh, schaue ich sicherlich zwischendurch mal rein. Und falls ihr euch fragt, ey, warum kommt das jetzt um das Video? Oh, jetzt hätte ich, jetzt habe ich schon das Feld gezeigt. Wo ist denn hier ein Monster? Hallo? Wieso kann ich nicht hier schlafen? Wo sind denn hier Monster? Ne, willst du mich verarschen? Bruder! Hä? Hallo? Yo. Ah, Mann, geh mal weg. Ihr habt schon gesehen, Verbrennung ist auf dem Schwert drauf. Das war ein bisschen dumm. Ich habe gespoilert. Was ist hier? Sorry wegen Markus. Das hier ist Jürgen Dreefs. Du kannst ihn leider haben. Leider ist er ein bisschen glas kaputt gegangen. Wo ist Jürgen Dreefs? Was? Kaputt gegangen. Gruß BDTV. Hä? Hier ist kein Jürgen Dreefs. Hier ist niemand drin in dem Minecraft. Geil! Ich habe einen unsichtbaren Jürgen Dreefs bei mir. Ja, cool. Ja, Jürgen. Schade drum. Ja, blöd gelaufen. Wir sind so behindert. Ne, ist kein Problem. Das mit Markus, das ist schon okay, Freunde. Wenn er sagt von sich selber, ich muss gehen, dann war das okay. Ihr habt ihn quasi nur geholfen, eine wichtige Lebensentscheidung zu treffen und damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Aber ich finde es schön, dass ich jetzt einen unsichtbaren Jürgen Dreefs in meinem Haus habe. Ich hoffe mal, dass der Geist von Jürgen Dreefs mich auf jeden Fall nachts schlafen lässt und alles gut ist. Ich würde sagen, wir kommen direkt mal auf die erste Frage zu sprechen und zwar ist hier eine Frage, Warum bist du so eine Missgeburt? Ja, das ist schon mal wieder sehr nett hier, was ich letztes Mal schon angesprochen habe. Leute auf Twitter werden immer freundlicher. Die werden fast schon so nett wie Leute auf Facebook. Keine Ahnung, scheint irgendwie im Moment so ein bisschen der Trend zu sein, dass man so redet. Ich weiß nicht. Also ich bin ja nicht so. Jedenfalls freue ich mich auf jeden Fall über diese sehr sinnvolle Frage. Das könnte daran liegen, dass ich damals erst nach meiner Geburt eine Stunde später erst angefangen zu atmen habe. Aber das will ich jetzt so nicht, sag ich mal, kundtun. Also wäre cool, wenn ihr das für euch behaltet, weil das ist eigentlich eine ziemlich private Sache. Ich erzähle euch sowieso alles hier ziemlich im Privaten. Deshalb Freunde, lieber mal die Schnauze halten. So, was haben wir ja noch? Was machst du dann am normalen Sonntag? Ja, was mache ich am normalen Sonntag? Am normalen Sonntag liege ich rum und habe im besten Fall schon meine Videos gemacht und stehe dann so um 8 Uhr abends auf und mache meine Videos für den nächsten Tag. Also ein normaler Sonntag ist eigentlich ziemlich, ziemlich, ziemlich entspannt. Ich mache da irgendwie gar nichts. Keine Ahnung. Mal eine Serie gucken oder sowas oder ein bisschen was zocken. Mal die Xbox anmachen. Keine Ahnung. All solche Sachen, aber nicht irgendwie großartig aktiv sein. Ich weiß, die Sonntag ist der einzige Tag in der Woche, wo ich sagen kann, da kann ich 100% entspannen und ein bisschen masturbieren. Das ist ganz schön. Bist du stolz auf die Jungs von der Jornalobok-Tour? Ja, habe ich ja eben schon gepostet. Ich finde es wahnsinnig krass, dass sie das geschafft haben, so weit zu kommen. Das sind einfach über 1000 Kilometer gewesen, die die vier gefahren sind. Und das ist echt richtig, richtig heftig. Also Leute, da nochmal dicken Respekt an euch vier und ich freue mich auf jeden Fall, euch auch wiederzusehen. Und ja, was soll ich sagen? Also echt der Wahnsinn. Ich bin baff. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so gut läuft, dass keiner richtig verletzt wird, also keine krasse Verletzung davon trägt und dass Dehner nicht stirbt. Das wundert mich am meisten, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass Dehner wirklich drauf geht. Keine Ahnung. So, warst du schon immer eine Missgeburt oder kam das mit... Ja, das irgendwie beschränkt sich ziemlich auf Missgeburt-Fragen im Moment. Das ist einfach sehr nett von euch. Dankeschön. Fährst du Longboard? Und wenn ja, wie lange schon? Kannst du mit dem Hype... Kamst du mit dem Hype auf YouTube auf Longboarden? Jein. Also ich kannte das Longboarden damals tatsächlich von Simon, allerdings nicht, bevor er das irgendwie so kundgetreten hat. Ich glaube, Simon hatte damals irgendwo mal ein Video davon gezeigt und ja, im Endeffekt war es ja YouTube und wie lange fahre ich als Longboard? Keine Ahnung. Effektiv fahren jetzt vielleicht ein halbes Jahr oder sowas. Ich weiß es nicht. Also oder ein Jahr. Keine Ahnung. Ich kann es nicht genau zählen. Ne, weiß ich nicht. Aber ich fahre ja auch nicht so krass aktiv, wie jetzt Simon oder so fahren. Die fahren dann wirklich jeden Tag oder so. Aber ich relativ selten, weil ich halt einfach im Moment noch ziemlich wenig Zeit dafür habe. Aber das sollte sich vielleicht ändern. So. Was machst du als nächstes großes Projekt, meine Freunde? Ja. Fragt die liebe Adi. Da kann ich nur eine Sache zu sagen. Ich mach mal ganz kurz. Ich muss ganz kurz euch hier was zeigen. Ähm, Freunde. Da könnt ihr euch schon auf das nächste Projekt gespannt machen. Ihr dürft jetzt dreimal raten, wer das ist. Der Hanson! Ja, mit dem lieben jungen Mann. Wer ihn dir erkannt hat, schreibt mal bitte, wer das war in die Kommentare. Mit dem guten Herrn werde ich auf jeden Fall jetzt bald ein Projekt machen. Wer das ist und was da kommt, dürft ihr auf jeden Fall darauf gespannt sein. Vielleicht nehmen wir heute Abend schon die erste Folge auf. Das schauen wir aber dann noch. Also wie es dann zeitlich passt. Ähm, genau. Mein Plan ist jetzt hier nicht XP zu farmen, sondern eigentlich mal hier ein bisschen für Ordnung zu sorgen, weil hier oben dieser Villager, ach, der eine Zombie gestorben ist, werde ich jetzt hier mal so ein paar Geländer anbringen, damit man nicht ständig runterfällt in solchen Geschichten. Ähm, ja. Ja, wie gesagt, also das wird auf jeden Fall nächstes Großprojekt werden. Äh, wann das genau startet und, ähm, was da Inhalt ist und alles, seht ihr dann entweder, wenn es halt dann auf den Kanal kommt oder wenn ich das dann irgendwie vorher noch ankündige und nach Themen frage. Aber da könnt ihr auf jeden Fall drauf gespannt sein. Sollte ganz lustig werden. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf und derjenige, der mich da als netten Menschen beteiligt hat, der freut sich auf jeden Fall auch auf euch und hat richtig, richtig Bock. Ja, was kann ich noch sagen? Ähm, ich muss halt immer hier im Moment, ich habe noch leider keinen zweiten Bild zu hören. Ähm, deshalb muss ich immer wieder hier auf mein Handy gucken. Äh, blablabla. Ist deine linke oder deine rechte Hand cool? Ich mag meine linke lieber, obwohl ich rechteiner bin, weil das ist die fremde Hand beim Masturbieren. Müsst ihr euch immer merken, Freunde. Ich gebe hier wieder Masturbationstipps, das ist immer ganz schön. Da kann man auf jeden Fall was... Dann habe ich auch den pädagogischen Lernaspekten dieser Folge abgedeckt, das ist immer ganz toll. Ja, ähm, bevor ich es jetzt vergesse, Freunde. Warum ist die Banane krumm? Wer hat das gefragt? Wer hat das gefragt? Achso, okay. Das war die liebe... Ah! Äh! Nein, 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 nein! Ja. Das, äh, war natürlich jetzt gut. Mehr oder weniger nicht. Oh, das muss ich beeilen. Ich muss mich beeilen. Ich muss meine Sachen wiederfinden. Oh, 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 oh. Ich wollte euch gerade mein Schwert zeigen. Ja, danke Steffi für diese nette Frage. Das ist einfach so. Die ist so geboren worden und da müsst ihr dann auch Toleranz zeigen gegenüber der Banane. Meiner Meinung nach. So, wer hat hier noch was gefragt? Ja, komm. Komm, 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 komm. Hört alle auf, hört alle auf, hört alle auf mir. Hier, Fragen zu stellen. Danke, ich muss schnell meine Sachen wiederholen. Eigentlich wollte ich euch gerade mein Schwert zeigen, was ich verzaubert habe. Ich habe nämlich, glaube ich, acht Diamanten in dieses Schwert investiert oder sechs. Ne, acht, acht Diamanten. Also dreimal das Schwert auf Level 3 verzaubert, zusammengecraftet und verzaubert und wieder verzaubert und hau mich tot. Und, ähm, ja, ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich cooles Schwert geworden, meiner Meinung nach. Ihr merkt auch schon, dass ich in dieser Folge einfach gemäß dem Sonntag gar nicht produktiv bin, sondern wirklich nur rum existiere. Oh Gott, wo liegen die Sachen, wo liegen die Sachen? Schnee, 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 guck, 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 guck. Oh, nee. Oh, was? Hä? Oh, jo. Hier liegen einfach die ganzen Zombie-Gehörner rum, the fuck? Hä? The fuck is happening? Okay. Gut, da zeige ich auf jeden Fall jetzt mein, mein ultra heftiger Schwert. Und das ist meine dicke Mag-Tan, meine Freunde. Das Schwert hat nämlich Schärfe 3, Rückstoß 2, Haltbarkeit 3 und Verbrennung 2. Also quasi das Krasseste, was es gibt. Es fehlt halt einfach nur noch, äh, äh, wer heißt das? Two-Hitted sogar so ein Pigman, also ziemlich heftig. Es fehlt eigentlich nur noch das, ähm, Looting-Ding, aber ich kann leider nur vier Verzaubungen auf ein Schwert drauf machen. In diesem Sinne ist das dann so. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt auch wieder alle Items zurückgeholt. Wenn nicht, wäre das ein bisschen dumm von mir, aber gut. Ähm, so, dann schauen wir mal, was unter dem Hashtag FragRevi noch so zu finden ist, meine Freunde. Ähm, hast du gerade eher Hunger oder Durst? Ich habe gerade gegessen und getrunken, also ich bin gerade wirklich super zufrieden, Freunde. Das ist einfach, ich freue mich auch immer, wenn solche Fragen kommen, ne? Ähm, das ist immer sehr schön. Ja, ja, doch, doch. So, was haben wir ja noch? Ähm, blablabla, was war das bisher das Beste, was du von Fans auf Twitter, Facebook oder Instagram gelesen hast? Ja, kann ich halt nur sagen, Fanficctions auf Instagrams, die, ähm, sind halt schon ziemlich, ziemlich, oh Gott, ziemlich, ziemlich strange manchmal. Da frage ich mich ja dann auch wirklich, wer dahinter steckt. Aber das habe ich ja oft genug angesprochen in solchen Folgen. Das, äh, ist irgendwie immer wieder, immer wieder so kommt sollte man vielleicht mal angewöhnen wir wie gesagt ein zweites bildschirm zu holen dann immer zu sagen von wem die frage kommt das wäre glaube ich auch nicht verkehrt aber dafür bin ich einfach zu vercheckt ja dann brauchen wir hier einmal drumherum noch so einen kleinen sound dass hier keiner mehr runterfällt weil ich nämlich in der letzten zeit ziemlich oft hier oben war ein paar level gefahren haben leider auch oft genug wie ihr eben gesehen habt runtergefallen bin das würde ich gerne hiermit verhindern die farm möchte auf jeden fall noch erweitern und das auch eventuell im livestream mal machen ich habe ja schon mal auf das thema livestream angesprochen ich weiß auch dass super viele von euch lust darauf haben dass ich mal streamen soll wird doch wahrscheinlich gar nicht mehr so lange dauern vielleicht werde ich auch von hier aus zuhause machen schauen wir mal ganz kurz wie ich das dann mache aber da kann ich auf jeden fall nur so viel verraten dass das auf jeden fall nicht mehr lange auf sich warten lassen sollte nur noch vielleicht ein paar monate und ja demnächst wird es auch noch mal ein paar größere news geben bezüglich ich weiß nicht soll ich das jetzt sagen ne ich glaube ich glaube ich mache das jetzt erstmal für mich auf jeden fall kommen auf jeden fall demnächst mal ein paar brisanteren news möchte ich so formulieren die auch mit ein paar anderen youtuber zu tun haben und was es genau ist das werde ich dann formulieren wenn es dann alles in 100 prozent trockenen tüchern ist aber da dürft ihr auf jeden fall gespannt drauf sein ich habe eine treppe gebaut ich habe es geschafft endlich kann ich hier in ruhe meine sachen farmen und ihr seht auch schon die monster fallen irgendwie von allein darunter die pikmen aber auf jeden fall ist diese farm echt krass effektiv und was konga hier wieder gebaut hat ist einfach ein meisterwerk der tötungsmaschinerie in minecraft also auf jeden fall wieder super super ekelhaft verpiss dich danke ja und ich werde jetzt die merke zeit definitiv öfters hier oben hängen weil ich meine komplette rüstung auf ultra krass verzaubern möchte und auch einiges an heftigen items brauchen werde wofür das ganze ist und alles das werde ich dann auch noch später mit euch teilen ich hülle mich irgendwie gerne in rätsel in schweigen so kann man das glaube ich formulieren ja schauen wir mal ob wir da unten noch was weiter bauen können und gehen auf die nächste frage ein das ist eine sehr schöne folge heute ich freue mich darüber was würdest du würdest du dein leben gern mit dem von pewdiepie also vom prominenzfaktor ja warum muss ich hundertprozentig ehrlich sagen nein gar nicht ehrlich nicht weil wenn ich sehe dass so einer wirklich nicht mehr ein ansatz seines hauses von außen filmen darf ohne dass irgendwer herausfindet wo er wohnt ist das von wirklich ziemlich traurig und von daher möchte ich da ehrlich sagen so cool sein leben auch sein mag und so viel geld er auch verdienen mag möchte ich niemals mit pewdiepie tauschen weil wir deutsche youtuber haben halt noch die möglichkeit dann relativ ich meine normales leben ist es ja auch nicht mehr ne also ihr ermöglicht uns halt schon unheimlich viel aber halt keine ahnung bei ihm ist es halt nochmal 50 mal krasser als bei uns und das ist halt einfach schon das ist halt einfach schon meiner Meinung nach ist das geht das schon in Richtung hollywoodstar zumindest von der masse her an leuten die ihn kennen deshalb ich weiß nicht der kann nirgendwo mehr normal rumlaufen und der ist halt ständig unter menschen und ich glaube das ist wirklich too much also da würde ich auf jeden fall ungern tauschen ich glaube da lebe ich lieber mein mein leben als einfacher deutscher youtube spacko und kann noch ganz normal auf die straße gehen glaube ich also das ist pewdiepie ist da auf jeden fall echt eine nummer zu hart finde ich das tut mir manchmal für ihn leid und auch für seine freundin dass er da so teilweise runter leiden muss aber gut ich meine im endeffekt wir haben es halt alle selber ausgesucht also wenn wir rumheulen würden ne wir wussten halt nur nicht dass es irgendwie so krass wird aber das ist ein anderes thema so dann schauen wir mal was wir noch für fragen haben ich versuche gerade seine produktivität und informationen in eins zu bringen ich glaube das gelingt mir auch gerade ganz gut was würdest du tun wenn du auffassend deine vorhaut an der stirn seiner mutter genagelt was die frage überspringe ich jetzt einfach mal vielen dank dafür michelle das ähm würdest du gerne bei two plays 2 dabei sein oh ich weiß gar nicht keine ahnung ich glaube ich würde eh direkt am anfang sterben ich habe auch schon ganz oft runtergeschrieben dass ich gerne sterben würde aber scheinbar wird das straight ignoriert deshalb äh kein plan also ich weiß es nicht ähm vielleicht ist das eine ganz gute möglichkeit zu sagen ich gehöre einfach nicht dahin dass es nicht meine welt kämpfen ist nicht so meins versteht ihr das ja versteht ihr was ich sagen möchte oh gott ich bin ja fast schon wieder gestorben da seht ihr mal was ich meine ja freunde wir haben jetzt hier eine etwas längere Folge Crowdattaker macht ich hoffe das stört euch nicht ich weiß dass es euch nicht stört ich würde jetzt sagen mit einem freundlichen Chili ihr blöden Wichser verabschiede ich mich und hoffe dass die Folge noch pünktlich kommt eine etwas ruhigere und informative Folge über mich über mein Leben und alles andere was euch interessiert und dann würde ich sagen sehen wir uns heute Abend da habe ich nämlich ein kleines Bestop für euch vorbereitet beziehungsweise mit jemand zusammen gemacht und dann würde ich sagen sehen wir uns dann heute Abend um 18 Uhr bei einem Bestop von äh der Kopf lacht haut da rein meine Freunde und auf wiedersehen tschau von einem an